Die Mein Schiff 3, welche im Juni 2014 ihre Jungfernfahrt antrat, ist 295 Meter lang, 38 Meter breit und befördert auf ihren 15 Decks bis zu 2500 Passagiere. Gästeservice steht auch auf diesem Schiff der TUI-Flotte an oberster Stelle und wird gepaart mit einem großen Freizeit- und Speiseangebot. Das besondere Highlight und bisher einzigartig ist der sogenannte Diamant, eine 167 Quadratmeter große Glasfassade, welche sich über zwei Decks erstreckt. Wie gewohnt bei TUI Cruises sind im Rahmen der Premium All-Inclusive Leistungen fast alle Speisen und Getränke bereits inkludiert. Lassen Sie sich ganz klassisch im à la carte Restaurant verwöhnen oder gönnen Sie sich einen kleinen Imbiss zwischendurch im Buffet-Restaurant. Sogar Fans von japanischer Küche kommen im Restaurant Hanami auf ihre Kosten. Und wer zur Mittagszeit Lust auf Krabben oder Fischbrötchen hat, der kann dem berühmten Gosch-Sylt einen Besuch abstatten. Zusätzlich verfügt die Mein Schiff 3 über eine eigene Backstube. Hier ist für jeden etwas dabei. An Bord gibt es ein Theater mit abwechslungsreichen Showprogrammen, ein Casino, eine Diskothek und vieles mehr. Sie haben die Möglichkeit, jeden Abend etwas anderes zu unternehmen. So kommt ganz gewiss keine Langeweile auf. Sie möchten sportlich aktiv bleiben? Das können Sie auch an Bord der Mein Schiff 3. Zum Beispiel beim Basketball oder auch beim Yoga. Darüber hinaus verspricht Ihnen der großzügig gestaltete Außen- oder Innenpool-Bereich mit Whirlpool weitere sportliche oder auch entspannende Momente. Die Mein Schiff 3 bietet eine große Kabinenauswahl für Ihren Wohlfühlurlaub. 80% der Kabinen verfügen über einen eigenen Balkon. Hier können Sie auf hoher See frische Luft von Ihrer eigenen Kabine aus genießen. Alle Kabinen sind in einem stilvollen individuellen Design und mit zahlreichen Annehmlichkeiten ausgestattet. Die Spa-Balkon-Kabinen verfügen über einen direkten Zugang zum Spa- und Meerbereich. Alle Familienkabinen sind besonders großzügig geschnitten. Und ein ganz besonderes Highlight sind die Himmel- und Meersuiten, welche mit einer großflächigen privaten Dachterrasse begeistern. Kommen Sie an Bord der Mein Schiff 3 und genießen Sie die grenzenlose Gastfreundschaft auf dem Meer. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder rufen Sie uns kostenlos an. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!